Hat die Börsenaufsicht der USA den Bitcoin-Preis manipuliert? Vor ein paar Stunden konnten wir sehen, wie die Börsenaufsicht der USA 11 Bitcoin-Spot-EDFs genehmigt hat. Etwa 15 Minuten später schrieb Gary Gensler, also der Chef der Börsenaufsicht der USA, folgendes. Das Twitter-Konto der Börsenaufsicht der USA, der SEC wurde kompromittiert und ein nicht autorisierter Tweet wurde veröffentlicht. Die Börsenaufsicht der USA hat die Auflistung und den Handel von Bitcoin-Spot-EDFs Börsenprodukten also nicht genehmigt. Jedenfalls dachten das alle. Wow, und am 16. Oktober 2022 hat die Börsenaufsicht der USA auf Twitter bzw. jetzt x-Folgendes gesagt. Seid vorsichtig, wenn ihr im Internet etwas lest. Die beste Informationsquelle über die SEC, also die Börsenaufsicht der USA, ist die SEC selbst. Und irgendwie sehen wir gerade, dass sie sich widersprechen. Also sollen wir jetzt Gary Gensler glauben oder weiß er es am besten oder nicht? Sollte jetzt nicht die Börsenaufsicht der USA zur Rechenschaft gezogen werden, was gerade passiert ist, genauso wie sie es mit anderen Unternehmen auch immer wieder und wieder machen, also den Markt manipulieren? Ich meine, das war ein wirklich kolossaler, marktbewegender Fehler. Was denkst du dazu? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Die Ironie dieser Veranstaltung ist, dass die SEC den Bitcoin-Spot-ETF aufgrund von Preismanipulationen abgelehnt hat, aber sie wurden angeblich gehackt und es gab wieder Preismanipulationen. Hast du das gesehen? Ich frage mich, wie reich die Bankerfreunde von Gary Gensler jetzt wohl geworden sind. Sie haben wahrscheinlich erst auf einen steigenden Bitcoin-Kurs gewettet und dann auf einen fallenden Bitcoin-Kurs. Ich denke, Bitcoin ging von 46.000 auf knapp 48.000 Dollar und dann wieder runter auf 45.000 Dollar und pendelte sich dann etwa bei 46.000 Dollar ein. Kannst du dir vorstellen, wie reich die Bankerfreunde von Gary Gensler durch diese Sache geworden sind? Sehr reich, kann ich dir sagen. Und was ist passiert? Die Börsenaufsicht der USA hatte den Tweet vermutlich für später geplant und in der Tat ein paar Stunden später wurde es auch dann veröffentlicht. Reuters hat darüber gesprochen und andere auch, dass der Bitcoin-Spot-ETF bzw. mehrere genehmigt worden sind. Das heißt, ab heute, wenn du dir das Video anschaust, können diese dann auch gehandelt werden. Bitcoin-Spot-ETFs sind ab Donnerstag handelbar, schreiben sie hier, nachdem sie am Mittwoch die regulatorische Genehmigung von der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde der SEC erhalten haben. Elf Bitcoin-Spot-ETFs wurden genehmigt. Die Regulierungsbehörde gab grünes Licht für die folgenden Produkte und ihre vorgeschlagenen Ticker. Also für Black Rocks, iShares Bitcoin Trust, ARK21Shares, also von Cathie Wood Bitcoin ETF, WisdomTree Bitcoin Fund, Invesco Galaxy Bitcoin ETF, Bitwise Bitcoin ETF, One Egg Bitcoin Trust, Franklin Bitcoin ETF, Fidelity Vice, Origin Bitcoin Trust, Valkyrie Bitcoin Fund, Grayscale Bitcoin Trust, Hashtags Bitcoin ETF. Und du erinnerst dich daran, dass Valkyrie angekündigt hat, 5% ihre Gewinne für die Bitcoin-Entwickler bereitzustellen. Wir werden bei Bitcoin noch sehr viel Manipulation erleben. Und in den Bemühen, so schreiben sie hier, Investoren anzuziehen, haben viele Emittenten ihre Gebühren für den Bitcoin-Spot-ETF im Vorfeld der SEC-Zustimmung gesenkt, worüber ich auch gestern schon gesprochen hatte, und Erleichterungen angeboten. Genau, was ich gestern gesagt hatte. Also das war ihr Plan letztlich und der wurde jetzt auch umgesetzt. Und beim Twitter-Konto, beziehungsweise X-Konto, von der Börsenaufsicht der USA, hat es nur 15 Minuten gedauert, bis sie die Kontrolle über ihr X-Konto wiedererlangt haben. Offensichtlich wissen wir alle, was passiert ist. Es war Preismanipulation. Es wurden Long- und Short-Positionen im Wert von 90 Millionen Dollar. In diesem kurzen Zeitraum durch das SEC X-Konto auf Twitter liquidiert. Es wird wahrscheinlich keine Möglichkeit dafür geben, dass jemand dafür ins Gefängnis geht oder bestraft wird oder mit einer Geldstrafe belegt wird. Ich kann es euch fast garantieren, dass das nicht passieren wird. Wir haben offensichtlich Preismanipulationen von der Börsenaufsicht der USA von Gary Gensler erlebt. Es ist ziemlich offensichtlich. Und wenn du die letzten zwei Jahrzehnte nicht unter einem Stein gelebt hast, wirst du wissen, dass das definitiv koordinierte Manipulation auf Kosten des Einzelhandels war. Und was sagen sie jetzt noch über den Bitcoin-Spot-ETF? Es war ein langer Weg bis zur Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Die Reise begann 2013, als eine mit den Wrinklevors-Zwillingen verbundene Entität den ersten Antrag für ein solches Finanzprodukt bei der Börsenaufsicht der USA einreichte. Obwohl dieser Antrag schließlich abgelehnt wurde, genehmigte die Börsenaufsicht der USA ab 2021 Bitcoin-ETFs, die auf Futures-Produkten basieren. Und bis jetzt wurden viele Anträge für Bitcoin-Spot-ETFs abgelehnt, da das angeblich unregulierte Wesen von Bitcoin zu viel Risiko für Investoren darstellte. Aber wetten durch Future-ETFs war möglich. Dann konnten wir sehen, dass der Kryptovermögensverwalter Grayscale die Börsenaufsicht der USA verklagte, um letztlich mehr Klarheit in dieser Angelegenheit zu erzwingen. Aber es war die Initiative beziehungsweise das Drängen von BlackRock für einen Bitcoin-Spot-ETF im letzten Juni, das dazu geführt hat, dass Schwung in diese Idee gekommen ist. Und als Investmentriese aus der traditionellen Finanzwelt in die Arena reintrat, folgten viele andere wie Fidelity und Franklin Templeton. Und dies wurde als Zeichen, so schreiben sie hier gesehen, dass eine regulatorische Genehmigung bevorsteht. Und ich habe es auch schon in vielen Videos gesagt, wenn BlackRock das einreicht, dann konnten wir in der Vergangenheit immer sehen, dass es ungefähr eine 96-prozentige Chance gab, dass es zur Genehmigung dieses ETFs gekommen ist. Und wir sehen es jetzt auch wieder beim Bitcoin-Spot-ETF. Und das aufgrund der zentralen Rolle beispielsweise dieser Finanzinstitutionen im US-Finanzsystem, also der Manipulation. Und während Regulierungsbehörden und Emittenten sich um Details im Grunde genommen gestritten haben, gab es einige letzte Hürden angeblich und ein nicht autorisierter Beitrag, wie ich schon gesagt habe, der am Dienstag auf der Social-Media-Plattform X auf dem SEC-Konto die Genehmigung ankündigte, ließ den Bitcoin-Preis über 48.000 Dollar steigen, bevor der Regulator klarstellte, dass sein X-Konto komprimiert worden ist und was diese regulatorische Genehmigung für Bitcoin im Grunde genommen bedeutet hat. Und die Zustimmung der Börsenaufsicht der USA gilt als bedeutendes regulatorisches Gütesiegel für das weltweit größte Krypto-Asset und verringert die Wahrscheinlichkeit einiger Anlegerängste bezüglich Institutionen in diesem Bereich. Es bringt nicht nur mehr regulatorische Sicherheitsvorkehrungen, sondern ermöglicht es, so schreiben Sie, Anlegern mit etablierten Finanzfirmen zu investieren. Und bis jetzt konnten Privatanleger nur durch den direkten Kauf von Coins oder über ETFs, die in Kryptowährungs-Futures handelnden, Kryptowährungen erwerben und ein Bitcoin-Spot-ETF ermöglicht es Anlegern, insbesondere Privatanlegern, Zugang zu Bitcoin zu erhalten, ohne ihre Investitionen in einer Bitcoin-Wallet halten zu müssen. So schreiben Sie das, stattdessen halten Sie einfach die ETFs in Ihrem Brokerage-Konto, was meiner Meinung nach ein riesiger Fehler ist. Analysten erwarten sogar, dass bedeutende Geldmengen in den Spot-Bitcoin-ETF fließen werden und dieser Optimismus hat in den letzten Monaten den Bitcoin-Preis erheblich gesteigert. Und laut Schätzungen von Bloomberg Intelligence könnte der Markt für den Spot-Bitcoin-ETF mit der Zeit auf 100 Milliarden Dollar anwachsen. Der Finanzdienstleister Galaxy, dessen ETF auch genehmigt worden ist, schätzt, dass die Zuflüsse in Bitcoin-Spot-ETF-Produkte im ersten Jahr von 14 Milliarden Dollar auf 39 Milliarden Dollar innerhalb von drei Jahren steigen könnten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und wenn du mehr über Krypto erfahren willst, auch wie du in Pre-Sales investieren kannst, um 10x, 20x, 50x oder mehr zu machen, klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Ich danke dir fürs Anschauen des Videos und wir sehen uns bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.